Aber was mir am Herzen liegt, was Leute wissen müssen, dass das gleiche Aluminium wird bespritzt über allen Weltmeeren, um das Wetter zu modifizieren. Und das Aluminium bleibt nicht im Himmel, das senkt sich oder legt sich dann wie eine Plastikdecke über die ganzen Meere. Und der Sauerstoff, den wir atmen, kommt zu 80 Prozent aus den Algen im Meer. Der kommt nicht von den Bäumen, wo es kaum noch genug Bäume gibt. Der kommt aus den Algen im Meer. Und die Algen brauchen eine bestimmte Anzahl von Sonnenlicht, um den Sauerstoff zu erzeugen. Das ist ein chemischer Prozess, mit dem sie das Wasser zerlegen in Wasserstoff und Sauerstoff, damit der Sauerstoff frei wird. Und diese Algen bekommen heute wesentlich weniger Licht durch diese Decke von reflektierendem Aluminium über ihnen. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, wo kommt der Regen her? Der Regen kommt daher, dass das Meer Wasser evaporiert, oder das dann aufsteigt als Wolken und dann über das Land treibt und dort abregnet, oder? Und das Wasser ist salzfrei. Wenn das Wasser evaporiert, nimmt es das Salz, bleibt da und das Wasser geht hoch. Und heute enthält die Atmosphäre bis zu 40 Prozent weniger Wasser als noch vor 30 Jahren, dadurch, dass das nicht mehr evaporieren kann durch diese Plastikdecke durch. Und das heißt, die Folgen von diesem Programm sind katastrophal, führen zur Verwüstung von ganzen Erdteilen. Und zum Absterben von vielen Spezies, die auf diesen Erdteilen leben. Und natürlich auch zum Absterben der Landwirtschaft in vielen Ländern, oder die dann abhängig werden von Ländern, wo es noch gut geht. Und natürlich auch zum Absterben, wo es noch gut geht.